... und jetzt gibt es hier auch eine völlig neue Dimension, denn wir wollen mal einführlich hier geht vorstellig, wie wir noch nicht ganz sicher, ob ich das Sportgerät werden soll oder was das für ein Gerät ist, sieht auf jeden Fall ganz interessant aus und es heißt Sekurig, und jetzt gucken wir mal, ob sich jemand einen Sprechpartner oder eine Sprechpartnerin zeigen könnte, Jungemann, siehst du das? Die ist noch nicht da, wer bist du denn? Stell dich doch erstmal vor. Michael, du kennst dich ja mal aus mit den Sekurigern. Sekurig ist das ein Firmname oder heißen dieses doch interessant anmutende Gerät so?